Du bist für Kashmir eine treue Gast. Was bewegt dich denn eigentlich aus, dass du denn immer zu unserem Programm, zu unserer Galerie kommst? Neugier. Es ist schlicht und ergreifend Neugier. Was erwartet mich? Was hast du an interessanter, schöner Kunst mitgebracht? Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, auch für dich. Was ist denn eigentlich auch so besonders für dich, diese Werke, welche wir hier bis jetzt gezeigt haben? Es ist erst mal der Ort, der sehr ungewöhnlich ist. Das sind ursprüngliche hier eigentlich Pferdestallungen gewesen. Und das zu einer Galerie umzugestalten, fand ich erst mal die Idee grandios. Und wie gesagt, ich lasse mich jedes Mal überraschen, was da auf mich zukommt an Werken. Sei es die Werke hier vom Daniel beispielsweise, die teilweise in einer Dauerausstellung sind. Oder eben die neuen Werke, wie jetzt von der Frau Donner oder dem Herrn Hagier oder von der Frau Serrazin. Was siehst du denn eigentlich auch so besonders an unserem Programm, auch so wichtig für dich selbst als Person? Immer was Neues entdecken zu können. Kunsttheoretisch bin ich nicht sehr bewandert. Ist mir aber nicht wichtig. Entweder es gefällt mir etwas oder es gefällt mir nicht. Und manches ist vielleicht sogar eine kleine Inspiration für mich, was Neues auszuprobieren. Sehr interessant. Machst du auch was gesehen in dieser Kraft? Ich im ganz Kleinen. Ich gestalte für meine Kinder Weihnachtskarten. Ich habe gehört, dass deine Vorfahren Künstler waren. Ja, mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter sind hier im Dachau Moos, in der Dachau Schule, waren die Bestandteile der Künstlergemeinschaft dort. Leider habe ich nicht ganz so viel Talent mitbekommen, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich versuche es künstlerisch anders zu lösen. Super. Und was hast du denn auch zu einem Botschaft für Bad Tölz? Für Bad Tölz? Ich kann eigentlich nur jeden Tölzer herzlich einladen, die Galerie zu besuchen und einen Moment der Stille hier genießen zu können und gleichzeitig sich auf die Werke, die hier jedes Mal zu sehen sind, einzulassen. Sich beispielsweise hier fallen zu lassen. Mir gefällt das einfach. Ich finde das schön. Dann, wir werden dich noch mehr überraschen. Und herzlichen Dank nochmal, dass du uns treu bist und kommst auch sehr gerne zu unserer Ausstellung. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausstellung. Herzlichen Dank, lieber Noah. Danke.